das geht schon wieder gut los hier was spiel war denn hier ach komm baby also ich muss ja tauschen genau doch okay ich würde lustig da so wie der hat was jetzt jetzt herzhaft nicht jetzt eine karte noch bringt am besten nichts weiß so gut er ist da gespielt die scheiße wieder von vorne los ernsthaft da 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 grün da 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 natürlich hast du eine scheiß kontakarte da 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 was kommt die karten da rein was denkst du warum ich mich so geärgert habe als sie mir die karten weggenommen hat die hintereinander fünf karten reingeworfen man kommt hier kommt noch zum zug ich habe einmal ich habe einen zug machen können dann musste ich die karten abgeben da auch die einem nahe aneinander die karten so um die ohren ich glaube als baby die karten sie hat wussten sie warum ich mich so geärgert habe wann war das gerade gut natürlich geht die gleiche scheiße wieder von vorne los kommen jetzt hier dann noch mal eine 2 genau mag uns noch eine 2 baby noch ein bis 2 ich habe einen schmerz oder ich habe einen schmerz doch gib mal hier ja marcus was du da hast Waaah... komplexen von mir okay da habe ich jetzt nicht glück gehabt dass ich okay das wird ich hätte 25 erwartet dann nehmt ihr den schrott ruhig natürlich okay legt die plus 4 und wird sich rot auf rot das kann ich so das heißen gut so natürlich natürlich ja was soll ich denn was soll ich denn machen sonst ach du Arschlöchel da kann natürlich die Kacke jetzt auch mit jetzt kommt die Kacke noch so eine Timing ich frage mich ja wirklich was wohl passieren würde wenn das abgeht also die ich lasse die Seite laufen und kipfe jetzt raus danke du Schwacko das kann nicht sein das könnte jetzt die Runde sein das war aber nur Glück diese Auflage jetzt das war gerade Glück ne du hast nur viel mit Clips zu tun gerade in diesem Modus hier mit diesem 7-0 was ist das eigentlich für ein Schmutz was ich hier auf der Hand habe wie weiß ich mal oder fass nicht überall achso wenn du nicht kann wenn du nicht in der Kacke das war für die 3 Sekunden bis zu 6c aus was passiert dann steht in der Kartenbeschreibung zumindest das heißt dann ziehst du dich nach sondern du bist quasi gar nicht da hat man natürlich alles andere aber nicht rot und wenn du nicht gestorben bist dann so gerne heute ja fahrt ab weißt du ernsthaft jetzt da sitzt dir die nächste Karte man hat sie ja nicht ich hatte kein Gelb ja ja du hattest kein Gelb du hast bestimmt meine Karten geheimlich Gelb geschaut jetzt hast du doch bestimmt was Gelbes ja damit du dich ziehen musst wird so schön ja ja damit du dich nicht legen darf meintest du damit du dich nicht legen darf meintest du naja das ist mein Modus hier ja das wird ja 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 die Karten müssen ja ultra toll sein Markus ja 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 immer wieder abwitz Oh, komm. damit habe ich nur gewartet dass sowas kommt bei marco schon mit 460 darum schon noch nicht weg ist